Seit nunmehr 52 Jahren ist sie Königin von Dänemark, Grönland und den Färöer Inseln, Margrete die Zweite. Doch schon bald, am kommenden Sonntag, wird sich das ändern. Die dienstälteste Monarchin der Welt dankt ab, und zwar zugunsten ihres Sohnes, der als Frederik X. den sinnbildlichen Thron besteigen wird. Eine Nachfolge zu Lebzeiten ohne den Tod der Monarchin, die weiter als Königin Margrete bekannt sein wird. Ungewöhnlich, weiß Geschichtsprofessor Lars Hofbacke-Sorensen. Zunächst einmal hat Königin Margrete immer gesagt, dass sie eben nicht abdanken werde, und wenn, dann lediglich im Fall eines außergewöhnlichen Ereignisses. Und dann besteht ja in Dänemark die lange Tradition, dass regierende Könige und Königinnen bis zu ihrem Tod im Amt bleiben. Es ist mehr als 500 Jahre her, dass ein König nicht bis zum Tod regierte. Warum Margrete es nun tut, wissen wir nicht genau. Vielleicht aus gesundheitlichen Gründen. Die zumindest hatte sie in ihrer Neujahrsansprache als Grund für ihre Abdankung genannt. Vielleicht aber hat sie auch verstanden, dass ihr Sohn durchaus bereit ist, König zu werden. Er ist 55 Jahre alt und vielleicht wollte die Königin eine Situation wie in Großbritannien vermeiden, denn dort ist mit Prinz Charles jüngst ein sehr, sehr alter Thronfolger zum König geworden. Anders aber als es in Großbritannien der Fall war, wird es am Sonntag in Kopenhagen keine Krönung geben. Seit der Einführung der dänischen Verfassung im Jahr 1849 werden lediglich einige Dokumente unterzeichnet, in Anwesenheit des Regierungschefs. Allerdings soll dann die dänische Ministerpräsidentin den neuen König vom Balkon des Schlosses Christiansborg in Kopenhagen ausrufen und auch eine Kutschfahrt soll es geben. Frederik wird König an der Seite seiner australischen Frau Mary. Ihr ältester Sohn Christian, der im vergangenen Jahr seinen 18. Geburtstag gefeiert hat, wird dann zum Kronprinzen aufrücken.